Ach, schon wieder so'n Ding. Ähm, gucken. Muss ich hier runter springen? Ach, Moment. Ach, das geht dann ganz runter, wenn ich jetzt hier runter falle. Okay, da muss ich mal grad überlegen. Komm ich da hinten hin? Oder komm ich da hinten hin? Von da kam ich schon. Gibt's hier irgendwas Besonderes? Wo muss der Kleine jetzt überall hin? Das glaub ich nicht. Da ist nämlich was. Wow, wow, wow. Mach keinen Scheiß. Okay, ich versuch's trotzdem mal. Erstmal erforschen mit ihm. Komm, schneller! Bella! Bella! So, gibt's hier irgendwas Besonderes? Außer die 10.000 Sachen hier. Okay, hier ist eine Tür. Ist da oben. Komm hoch. Und hier ist auch nix. Okay, das ist jetzt merkwürdig. Ich fliege erstmal rückwärts. So, du bleibst erstmal hier. So, ich wechsle mal grad auf das Blatt. Und guck mal, ob ich Wow, so gerade noch hinkomme. So, das ist mir manchmal gepuckt. Das ist mir manchmal gepuckt. Und sammle mal Rubine auf, die ich eh nicht brauche. Okay, jetzt guck ich mal, dass ich Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe Irgendwas vergessen zu machen. Kann ich da unten das nicht wieder zumachen? Im Moment war ich da unten schon. Karte. Geschoss. So, ich muss mal grad gucken. Ob ich hier irgendwas Besonderes kriege? Nein, natürlich nicht. So. Ich muss mal die ganzen Sachen kaputt machen. Nichts Besonderes. Hoppala. Äh, komm ich hier irgendwie hoch? Nein, komm ich nicht. Das ist schlecht. Ich habe irgendwas Gefühl, ich habe irgendwas übersehen. Ich habe wirklich irgendwas übersehen. Da komme ich nicht hin. Da komme ich auch nicht hin. Ich muss hier irgendwo runterfliegen. Ist nur die Frage, wo genau. Also, von da kam ich doch, oder? War das nicht so? Kam ich nicht von da? Kann ich von den zwei starten? Oh, ich mache jetzt glaube ich einen großen Fehler. Ich tue es trotzdem. Das war, ich gehe mal kurz hier hin. So, mach das kaputt. Ja, danke. Genau, hier war ich schon. So, aber auf der Karte ist hier rechts noch eine Truhe, wo ich nicht war. Okay. Mal gerade da reingehen. Was? Warum? Okay. Wieso war ich hier geradeaus eigentlich denn nicht? Anscheinend habe ich hier irgendeine Sache nicht gemacht. Kann das sein, weil der Kleine gefehlt hat? So, jetzt mache ich kaputt. Was ist hier? Und dann gucke ich mal, was da war. So, war... Ach ja, genau, deswegen. Siehst du mal. Ähm... Das frage ich mich natürlich nur, wenn ich wieder zurückkomme. So, jetzt gucke ich mal, wo der Kleine ist. Hier in dieser Map. Äh... Ja, Spiele, natürlich. Also hier ist er nicht. Hier ist er auch nicht. Ist der jetzt die ganze Zeit da oben? Oh, das war dumm. Ich muss noch gerade was gucken. Oh, wie kann ich ihn von hier aus kontrollieren? Danke, Spiele. Schweinkraft. Okay, er ist hier oben. Und wir müssen... Wo die zwei Figuren waren? Da. Du bleibst mal schön hier stehen. Äh... Du bleibst mal schön hier stehen. Wow. Das ist aber schon ein bisschen krass jetzt. So, ich lasse ihn einfach da stehen. Äh... Da muss ich hin. Interessant. Bleiben die jetzt die ganze Zeit... Eiskalt bleiben die da stehen. Komm's mal her. Ich blieb's mal bitte runter. Warte. Spiel. Ich weiß manchmal... Wirklich nicht, was du machst. Was... Was macht der da? Es ist sehr merkwürdig manchmal. Das Spiel macht sehr komische Sachen. So. Dann geh ich nochmal hoch. Weil ich auch sowieso gemeint finde, dass man hier... Komplett runterfallen kann. Besonders, wenn der dann hier an der Kante hängen bleibt. Du... Spiel... Oh Gott. Spiel... Du bist so Banane einfach. Ich bin auch einfach... Ich bin auch einfach blöd. Leute, sorry. Ich hab vergessen, dass hier unten das Ding aufgegangen ist. Ja, danke Spiel. Hey, hab ich jetzt eine Situation, wo ich leider nicht mehr rauskomme? Du schaffst es! Ähm... Warte mal. Vor allem versuchen die immer noch, mich zu treffen. Das ist auch witzig. So, einer. Und der zweite. Genau das ist nämlich der Trick. Wow! Party! Hä? Moment. Hä? Äh. 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 Okay, ich kann da nicht rein. Sorry, Leute. Ich kann da echt nicht rein. Äh. Äh. Nein. Spiel! Äh. Okay. Da war ne Kante. Sehr nice. Okay, dann halt so. So, jetzt machen wir das ganze Spielchen natürlich auch. Äh, also schon wieder, ich drücke diesen blöden Knopf und er sagt sich einfach nö. Ja, das Spiel ist schon gut. Gut, achso, klar, ich hab keinen Mana, deswegen, haha. Mensch, 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 Spiel, wieso brauchst du auch einen Mana für dieses blöde Platz? Ich brauch nur ein bisschen mehr. Ja, aber das müsste reichen. So, lass ich mal wegpacken. Warten, ungefähr richtig. Ja, müsste ungefähr richtig sein. Na komm schon. Magie ist natürlich nicht. Na, dann komm mal mit. Oh. Oh. Items. Oh. Okay. Dropped legs. doch noch getroffen Ok, da ist bestimmt ein Schlüssel drin, würde ich mal vermuten Und es ist ein Schlüssel Dich nehme ich mal mit, auch wenn wir hier gar nicht jetzt sein müssen Kann ich dich runterwerfen? Nicht zu weit fliegen, bitte Danke Achso, ich hätte auch einfach hier immer drin stehen bleiben können, ok Das war mir wirklich beim Menschen Gemüse My Für Was